Servus, ich bin der Josef. Ich bin für die Völfersuche zuständig und wir sind heute hier in Schwandorf in unserem Demogarten. Da haben wir verschiedene Parzellen angelegt. Wir sind hier konkret in unserer Winterweizenparzelle. Wir sind hier heute, weil wir ein besonderes Stadium haben, die große Periode. Was das ist und wie man die erkennt, das zeige ich euch jetzt. Wir haben jetzt am Morgenende 35-40 Liter Regen bekommen, nach einer längeren Trockenphase. Insgesamt der Weizen ist gut bewurzelt, hat aktuell eine gute Phase. Das heißt, er hat eigentlich wenig Stress, außer den niedrigen Temperaturen. Wasser ist da und Nährstoffe haben da. Wir schauen uns jetzt die einzelnen Pflanzen an, das heißt, wie gut die jeweils bestockt sind. Relativ gut bestockt, also die muss auf jeden Fall noch ein paar Triebe verlieren. Die ganzen kleinen Triebe da, die machen keinen Ertrag, die reduziert er noch. Und zum Schluss sollten dann drei, vier Triebe überbleiben. Wir suchen unsere Pflanze raus, machen die ein bisschen sauber, dann fühlen wir von außen. Hier ist ein Knoten, hier ist nochmal eine Verdickung. Das heißt, die Erde sitzt vermutlich irgendwo in dem Bereich. Dann halbieren wir die Pflanze. Ihr seht jetzt hier oben die Ähre sitzen. Die ist ungefähr 7-8 Millimeter lang. Da drunter seht ihr so grüne, dunkelgrüne Punkte. Das sind die Knoten, die sich noch nicht gestreckt haben. Dann sehen wir hier 3-4 Millimeter, nochmal ein Knoten. Dann einen Zentimeter, einen guten Zentimeter, nochmal ein Knoten. Und ganz unten war auch ein Knoten, aber der ist weiß. Das ist der Bestockungsknoten. Das heißt, für uns wichtig zur Bestimmung, die oberen Knoten. Der erste Knoten ist mehr als ein Zentimeter vom Bestockungsknoten weg. Das heißt, wir haben EC31 überschritten. Wenn jetzt der zweite Knoten, hier der da, mindestens 2 Zentimeter von dem Knoten entfernt wäre, wären wir ein EC32. EC32, das ist der Beginn der großen Periode. In der Periode, das sind so 10, 14, 15 Tage. In der Zeit streckt sich die Erde von einem Zentimeter Länge auf 7 bis 8 Zentimeter. Das heißt, in kurzer Zeit relativ viel Wachstum. Wenn die Pflanze in der Zeit Stress hat, irgendwo einen Mangel hat, irgendwo mit Wachstumsregler Herbiziden zu kämpfen hat, dann merkt man das später im Ertrag. Das heißt, wenn wir hier jetzt einen Wachstumsregler setzen müssten noch, wäre mir etwas zu spät dran. Das heißt, wir sind kurz vor der großen Periode, ich sage mal 3, 4, 5, 5 Tage. Das heißt, für uns jetzt konkret, wir lassen den Bestand in Ruhe. Der Weizen hat jetzt eine Woche, zwei Wochen Zeit, dass einfach sein Wachstum durchläuft und danach können wir wieder reinfahren.